das soll jetzt ein scherz sein oder ich dachte schon ich wollte gerade schon wieder los flippen ausflippen meine ich getan raus silizium raus naja gut naja gut so wichtige sachen sind jetzt hier nicht drin okay dann würde ich sagen gehe ich mal schnell wieder hoch auch schnell den teleporter ja genau teleporter wobei es der bohrer er war hier unten euch euch baue ich hier den teleporter hin da falle ich zu mir nur so rum nicht mein freund muss natürlich schön zu mir gucken und darstellen da bauen da machen wir das dann wie viel material obsidian obsidian na siehst du dann können wir hier gleich hat er schon nehmen wir das gleich raus machen wir hier mal schnell kobalt wir machen immer gleich getan und ich bin wirklich mein schredder hier reinbauen haben wir natürlich nicht aber noch haben wir jetzt noch haben wir jetzt noch eisen für den schrank ja haben wir so dann machen wir hier jetzt kobalt drauf alt so eisen kann hier vorne nee warte mal wir bauen noch schreckt gleich so aber was in der tage natürlich nicht ja gut geil das mit dem teleporter eine drohende unterwegs ist es so geil das ist so geil ich glaube gar nicht wie geil ich bin nein nicht wie geil ich bin sondern egal ich finde mit dem drohen das ist so haben egal so ich würde sagen ich werde schon da oben hoch weil ich habe ja noch das fusion stings mit leicht können wir da teile ich hier irgendwo rein prügeln hier dann lassen wir mal rein hier mein freund war das hier hier muss ich auf jeden fall mitnehmen ok hier kommen wir gar nicht rein ok dann müssen wir wahrscheinlich erst den fusions die tür ist verstanden dann müssen wir wahrscheinlich doch erst das fusion stings finden den fusions generator oh die tür ist aber neu bei dem einen schiff war da keine tür also nicht neu sondern hier kommen wir auch nicht durch hier kriegt man rede ich sehe ich selbst mich schräge hin weil das hier so schräge aussieht so haben wir hier schön ist drin naja ich sage mal so ist jetzt nicht unbedingt das was wir jetzt unbedingt brauchen ich sage mal so ist das was wir jetzt auch mal eine tür ich gehe noch mal eine treppe nach oben ja aus mir um ja so liegt hier eisen ja gut leider platten brauchen wir jetzt nicht alle jetzt mitnehmen ja an ich will mein fusions ding loswerden ich bin jetzt im kreis gelaufen da kann das sein wenn ich nicht oh gott oh mein gott oh wann haben wir denn hier alles hier kann ich nicht lesen aber das licht ist schon so ein bisschen blendig ne ich nenne das mal blendig wow was ist denn das für ein kasten nee warte mal ich gucke erstmal hier hier ist er hehehe geil methan nehmen wir mal mit obwohl eigentlich brauche ich den doch nicht unbedingt ne was ist das für ein teil ist doch ein tele nee ist kein teleporter oder hm ok ich warte mit dem trinken noch ein bisschen und oder für das schraubschiff geht es los und wir raus ich müsste hier noch ein schild hin stellen titan silizium nein ich bin voll naja gut müsste ich jetzt nicht unbedingt doch dann bin ich den bohrer damit ich das ding ich das mal finde hier das mache ich schnell äh homebase ähm das sortiere ich mal schnell ein dann baue ich mir schnell so ein schild äh das hört sich an oh ich bin voll oh hier bin ich auch voll oh haha ist das geil ja das ist so geil geh mal weg hier hab ich gar nicht mitgenommen war ja genau ich hab's nicht rausgenommen ich trottel ach Mensch ach Mensch okay also müsst ihr das doch nochmal alles bisschen weiter bauen hier dass ich ähm ähm auch die Stäbe extra nehme so Methan haben wir oben obwohl ich das eigentlich gar nicht sammeln muss Eiligkeit hat auch weil ich hab ja Methan hier in äh naja das wird ja automatisch hier geflogen glaube ich ne ja süß ne ähm ähm okay schnell was trinken so ich hätte auch so was essen trinken können ist egal ähm dreimal Eisen oh wie schnell das Eisen weg geht ne das ist Wahnsinn Magnesium bin ich voll so wie es aussieht na wie gesagt ich werde werde ich mir da in der Höhle werde ich mir ähm sag mal schnell wird Ding automatisch eigentlich werden warte mal nicht möglich enthalten wird automatisch vernichtet wenn der Bestand voll ist ja ähm was wollte ich jetzt sagen äh da drinnen dieses riesige Lager werde ich da einbauen ne ohne Video so was wollte ich machen achso ich stelle das Schild wir ihn noch machen Titan Silizium Aluminium Titan Silizium Aluminium so dann fliegen wir nochmal schon rüber und dann nennen wir das Ding ähm Obsidian Borger und wenn ich nämlich hier mal hier rumkrebel äh warum stellen wir hier oben auf die Ecke Obsidian Bö so und die Farbe mache ich auch wie sich das gehört Obsidian ist ja so ein bisschen so ne ja so so dann haben wir jetzt Obsidian Bohre supi gefällt mir jetzt zwar nicht unbedingt weil das hier so rumsteht so aber komm ist nur ein Bohre äh Lithium haben wir hier Titan haben wir hier Magnesium haben wir kein Eisen mehr supi ich werde nochmal runter gehen das war hier ne ja warte mal dann können wir hier die Kiste gleich mitnehmen genau ich gehe nochmal da runter mache ich da alles erstmal leer dann brauchen wir das so nehmen wir mal alles mit gleich hier vom Gepär hier den Quatsch das nehmen wir auch gleich mit was ist das hier leere Kartuschen das habe ich ja schon gelesen ne oder hoffnung verloren ja ja das hatte ich ja schon gelesen hier hatte er so eine ach das ist doch hier wo man die Sauerstoffflaschen hergestellt äh äh ähm das Lithium herstellen konnte und so äh war das alles hier schon was an die hier was sag ich ging es doch noch tiefer nein bin ich schon wieder voll ich glaub das ja nisch das noch ein Eimer noch ein Schrank na gut dann gehen wir wieder hoch gucken mal was wir hier in die Schränke schmeißen können Silizium habe kein Magnesium bräuchten wir haben wir noch einmal Eisen fehlt ach komm brauchen wir theoretisch gar nicht wir können wir hier wir können wir hier fix hin und her ja Mensch haben wir alles da oberhalb sind voll alt obsidian bin ich auch voll ok ich brauche unbedingt ein größeres Lager oder vielleicht sollte ich diesen ganzen Quatsch hier rausnehmen außer dass das sieht schön aus vielleicht sollte ich die ganzen Heizung alle rausnehmen dann könnte ich hier noch schön alles vollknallen mit Schränke und hier auch das werde ich auch tun die Heizung kommen raus die kommen dann irgendwie da hinten im Schuppen ach im Schuppen sag ich schon oh guck mal die Fische sind fast so weit hier da da baue ich dann irgendwie rein hier da hier um die Ecke gleich hier vielleicht hier so wird hier so ein riesen Ding oder vielleicht baue ich auch noch ein paar Häuser rein warte mal kriege ich das reingebaut hier das geht nicht ich hole nochmal Titan ach bin ich ich bin ja wieder knacken voll ich sage ich brauche unbedingt ein größeres Lager weil ich will das nicht alles verkommen lassen hier das ganze Obsidian und den ganzen Kiki Fax so hier Bakterien mutagen jetzt war ich gerade oben so was haben wir hier ok fangen wir mit dem Blümchen wieder an Peter Pan das da rein so dann wieder runter die Stäbe hatte ich wo hier hier habe ich ausnahmsweise fallen lassen jetzt wo dann schnell noch den Dünger da hinten war ich gerade so den Dünger fix hier rein so kann ich jetzt vielleicht endlich mal ähm den Chip aber wisst ihr wisst ihr was mir eingefallen ist ich kleine Düsi hab ich die Rakete eigentlich losgeschickt das kann doch nix werden Mensch ich muss die doch auch losballern wo war das? ne hier war das mein Gott bin ich blöd so wartet mal dieses Zerschredden wartet mal das kann ich doch auch automatisieren das mache ich mal noch fix ich fliege schon wieder hier durch ne statt zu teleportieren das kann mir alles runter gefallen hier wartet mal ich mache hier überall priori ne warte mal ach scheiße ich kann hier ja nur hier ja auch nur ein Artikel reinschmeißen ach das ist ja jetzt blöd warum muss ich jetzt für geht es teil extra noch ein Schredder das werde ich auch tun also für alle Artikel also die jetzt unwichtig sind Eisen ist jetzt ja findet man andauernd ne da werde ich mir für Eisen für Silizium werde ich mir alles unter Dinger knallen mit aber mit Priorität null das heißt erst soll die Schränke voll werden und dann dieses Häckselding hier dann haue ich mir die Dinger auch da hinten irgendwo rein und dann können die gleich damit die Bohrer immer schön leer werden ja das mache ich das mache ich aber wie gesagt das mache ich alles offline das zeige ich euch dann in der nächsten Folge gut ein paar Minuten haben wir noch ähm was kann ich jetzt noch machen achso Mensch wir wollten doch nochmal gucken wie das jetzt da hinten aussieht mit den Bäumen warte mal wie viel Kakao haben wir jetzt schon drin hier ich bin so begeistert ähm genau jetzt gucken wir uns mal an wie die wie die Bommelheiten aussehen ich gucke nicht hin ich gucke nicht hin ey sieht das geil aus und die Metterlinge ist das geil ich habe mir schon überlegt ob ich hier mal was rüber bau aber hier habe ich nein ich habe kein Eisen mit dass wenn man jetzt hier raus geht ey wo kommst denn du her muss man findet man findet man findet Schmetterlingslarmen muss und dann noch die grünen Moment mal die grünen was war denn das für das waren doch das waren doch gute 250 und ich habe das Bus die äh Moment mal dann baue ich noch so ein Schmetterlingsding ähm wo ist er 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 da Dünger und Kunststoff brauche ich komm her war das jetzt zwei jahren ja das war nein hör doch mal auf komm her oh cool aber ich werde die mal dahin stellen wo nicht ganz so viel Buschwerk und 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 so ist äh weil sonst findet man ja die Larven nicht unbedingt ne sag mal vielleicht hier so so dann baue ich das Teil hier hin zack zack ach 600 ich habe nie aufgemacht 600 leck mich doch am Ohrläppchen 600 ooooh wie schön metterlinge was sehen wir denn zündeten augen das ist ja geil jetzt findet man schon oh das sieht ja geil aus schmetterlinge oh guck mal da hinten achso das war ja meine das war ja mein Dings ne so das wollte ich jetzt noch bauen da finde ich hier schmetterlinge mal so nebenbei warte mal hier na guck mal ne hatten wir vorher nicht 4 4, irgendwas ja ne cool aber eigentlich warte mal ein Schritt müsste ich ja eigentlich eigentlich müsste ich noch mehr Priorität hochsetzen hier ne das erst hier also die alle auf 2 da drinnen denn das lager mache ich auf 1 und den schreddert er auf 0 das heißt er soll erst hier drinnen einladen wenn die voll sind soll er da drinnen das werde ich mir offline ausprobieren oder machen das mache ich dann mit euch zusammen aber wisst ihr was dann mache ich mit euch zusammen bei der nächsten Folge denn schade dass ich die Dinger nicht einsammeln kann mit mit den Drohnen ok 2 kann ich noch so oder baue ich mir doch noch eins hier oben drauf ach das sieht so hässlich aus wenn das so hoch ist ey wo fliegst denn du hin Uran holt das Ding ach ja ich bin ja voll Hilfe ich hier trinke ey wo kommst denn du her du schmutzfink raus hier ähm was wollte ich jetzt machen achso lass mal gucken wie ich den Täscher ach ja hier Dings hier bin ich voll oha der ist ja leer meine Güte so Aluminium war ja noch ein bisschen Palazzo gut das kann ich gar nicht einräumen da bin ich ja voll leider ja was heißt leider ich bin ja froh dass ich voll bin also haha ja dass ich voll bin genau ich bin voll oh man das einzige was ich vielleicht machen könnte damit das nicht gleich genau das werde ich überall jetzt machen da werde ich auch mir einen Schrank hinstellen wo ich die Algen reinkloppe können die Drohnen da hier her bringen äh Nachfrage das können wir ja noch fix machen zusammen ähm Algen Priorität 1 das reicht da wird ja nicht äh ne das wird ja nicht nein nicht Angebot ähm nein 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 hör doch mal auf Nachfrage äh äh Algen Priorität 1 ne das wird ja nur wenn ich den Schrank voll mache denn ne die Algen geht ja nicht verloren so 123 da siehst du halt wir brauchen noch eine Plattform genau da machen wir das so obwohl da drüben haben wir auch noch Algen dann müsste ich das da auch noch hinbauen ordert mal hier so ein bisschen hier so hin äh äh wo ist er wo ist er wo ist er da ist die Plattform guck mal jetzt kann ich nicht mal mehr kann ich nicht mal mehr da bauen wo die wo die Bäume jetzt stehen da müsste ich das ganze ding wieder wegreißen ne so machen wir hier Algen so dann sammle ich hier noch fix mal ein paar Algen ein und dann wie gesagt in der nächsten Folge ich bereite alles vor aber das mit dem Schreddere das probieren wir dann mal zusammen ob das wirklich funktioniert ich meine nicht wieder voll ich meine ihr wisst ihr wisst das bestimmt schon ob es funktioniert hab ich mich erschrocken eben ist aber auch laufend am Tag so Angebot äh Algen Priorität 1 supi so und gucken wir mal die Rakete ist zurück hatte ich mir noch was bestellt ach ja Weizen hatte ich mir hatte ich mir jetzt Weizen bestellt äh hab ich mir Weizen bestellt oh Gott ey hier kommt man ja bald gar nicht mehr durch nein das war doch richtig hier hier ist doch hier ne ja ich kann mir weizen herstellen wie lange haben wir jetzt noch einige ist die zeit schon vorbei was brauche ich für die plantage ane das mit dem bienenlarven dauert jetzt so lange das mache ich alleine fix oder möchte wenn wir gesehen wenn wir beim nächsten mal sehen wenn wir fertig sind wenn wir dabei sind ich würde sagen ich stimme jetzt mittlerweile über zwei stunden schon wieder auf das reicht erst mal wir werden erst mal in dem in dem in der höhle da werde ich mit riesiges lager hinbauen wahnsinnig groß mache ich mir das also wirklich mit 5000 schränken übertrieben jetzt ich möchte eigentlich so gut wie nichts verkommen lassen weil da kann man immer schön bauen 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 irgendwie ja entweder hier oder da oben auf der plattform ich kann weil wie gesagt da müssen wir ja nicht hin das machen ja die drohen alles hauptsache hier drin ist immer alles schön voll genau da baue ich mir da alles schön hin das mache ich aber jetzt alleine erfahre mich jetzt wie eisen wie verrückt und dann beuterte hin und das mit den schredderern würde ich sagen probieren wir dann gemeinsam nur da würde ich sagen oder für mir eine drohne ich bin so geil und so begeistert und begeistert keine drohne ist da eigentlich muss ich noch mehr drohen bauen aber beim nächsten mal gut ich würde sagen ich danke mir wirklich danke wieder fürs zuschauen ich hoffe ganz wieder gefallen mir gewinnt mir gewinnt das mir gefällt das spiel immer besser das sage ich so wie das ist alleine schon mit diesen mit diesen schmetterlingen hier mit den 400 prozent oder was das waren da bin ich sowas von begeistert da müssen wir öfter mal gucken ob wir hier irgendwo noch larven finden dann müssen wir überall lang also hier immer immer wo wir die dinge hinstellen müssen wir ab und zu mal hin fliegen und gucken ob wir da laufen aber warte mal die larven kann man doch auch hinweg bringen wird man war hier nicht auch so ein zeichen guck mal angebot hier vielleicht sollten wir uns einfach mal einstellen und gucken ob da was passiert dann irgendwie da hinten bei dem anderen dingen reinstellen und dann das wäre ja cool kommt warte mal die drei minuten haben wir jetzt noch ich will mal noch schnell ich will mal noch schon drei eisen hier jetzt wo ich eisen brauche habe ich kein eisen ich glaube ich spinne 12 da haben wir jetzt drei fix rüber zu dns heime frank meine ich brauche ich erst mal hier hin so ja wie nehmen wir das teil denn schmärten ja toll wie nehmen wir das denn schmärte labe dann war das 400 prozent oder weißt du was ich schreibe bloß labe johannet war das 400 und dann gehe ich hier rein so nachfrage nähere labe ok ok nehmen wir da und sagen priorität 1 wenn wir sehen ob das funktioniert ich glaube 400 wandern hat ne ich kann ja noch mal ganz kurz zurück schnell zu dem ding mal hin wie gesagt die heizung die baue ich auch alle raus dann haben wir dann haben wir dann haben wir dann ein bisschen mehr platz nein nein oh gott bin ich blöd ja okay also ihr seht es funktioniert nicht gut jetzt hat er mir die labe daraus die meine labe wieder spitz wohl ok abbrechen ach das ist ja komisch da hinten funktioniert hat aber hier nicht ach man scheiße ok kann ja mal passieren ok also funktioniert das nicht sind wir wieder eine runde schlauer geworden zack so schmetterling ihr fliegt wieder guti aber jetzt war es endlich jetzt war es das haut rein wir sehen uns mal wieder bye bye